Ja und damit willkommen zu einem neuen Projekt von mir und nämlich Tread out. So dieses Spiel kam am 14. Mai 2014 auf den Markt und ich dachte mir, damit hier mal wieder ein bisschen Horror Action hier reinkommt, dachte ich mir, warum eigentlich nicht Tread out? Ich meine, ich habe es in meiner Steam Bibliothek gehabt und dachte mir eigentlich, warum nicht? Ich kenne es nicht, also für mich ist es die ganze Sache blind. Deswegen denke ich mal, wir starten gleich mal ein neues Spiel. Wir fangen natürlich mit der Akte Null an. Positionswählen, leer, Speicherstand benennen. Ähm, keine Ahnung, ähm, Swisi, Xe, irgendwas, ne? Lindas muss sich einen Moment ausruhen, wenn sie eine lange Strecke gerannt ist. Musik 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 Okay. Ach, wir sind schon drin. Wir können schon laufen. Ich hoffe, das passt mit meiner Facecam von der Helligkeit. Muss noch ein bisschen was mit der Helligkeit machen, aber... Ich kriege das gerade nicht anders hin. Aber ich denke eigentlich, es müsste passen. So, es klingelt. Ist hier denn irgendwas? Ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Aber jetzt schauen wir mal. Ah, da. Hoppala. Ehe. Ira. Where are you, right? I'm dying waiting for you. I'm dying. Oh. 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 Oh, ich glaube, ich habe vergessen, den Unterzettel anzuschalten. Was war das? Gefunden. Iris Phone. Ein verlässliches Smartphone mit unschlagender Akkulaufzeit. Und das hört sich doch immer gut an, oder? Okay. Verdammt. Okay. Ich mache es schnell. Keine Untertitel. Eigentlich müsste es gehen. Verdammt. Verdammt. Hm. Oh, really sorry? Was ist denn eigentlich hier? Okay, mal gucken. Inventar. Aufgaben. Wenden das Tagebuch. Okay. Das ist die Kamera. Okay, hier wird alles erklärt. ASD. Ganz normal. Scheinten. Zu rennen. E. Um zu integrieren. Bewegen. Um zu schauen. Das ist klar. Iris iPhone benutzen. Okay. Ich finde es gerade. Ah. Okay. Kann man auch Fotos machen. Ja. Okay. Was ist das? Jetzt ist ihr Handy runtergefallen. Was soll mir hier folgen? Boah. Das ist schon krass dunkel. Okay. Eine Schaukel. Boah. Pfff. Nein. Boah. Ja, habe ich es erwähnt, dass ich schreckhaft bin? Alter. Ei, ei, ei. Ich glaube, das kommt immer, wenn... Zuerst ich... Alter. Die sind unter uns her. Müssen wir ein bisschen rennen? Das kann sein. Ja, super. Ähm... Ah. Ist der irgendwie öffnen? Nein. Nein. Ah, ich bin da. Schluss jetzt. Wie komme ich hier weiter? Das fängt doch schon mal gut an. Okay, ähm. Alter. jetzt versanzen klappt nicht so schlimm denn es kommt irgendwie an der gleichen stelle immer aber ich möchte jetzt nur wissen können wir irgendwas machen ich glaube eigentlich müssten wir hier weiter er ist reizt ist gut komme ich jetzt weiter ich kann das ist das kann ich nicht öffnen kann ich ja auch nicht vorbei ist doch noch mal zurück ich glaube wir gehen mal nach rechts genau das auch nichts ne das bringt uns nichts wir sind ja wieder am anfang warte mal die verfolgt uns jetzt die ganze zeit ich muss ja erstmal kurz ins spiel finden und seine vorsichtige haltung ein ok der ausgang von ihr weg ich ha Ja, ist gut jetzt. Wir müssen hier irgendwie weiterkommen. Wir müssen... Alter. Shit. Was war das jetzt? Hahaha, Errungenschaft. Are you ready? Das habe ich nur wegen Erfolg gemacht. Eine Sammlung mythischer Gegenstände kann mit ihrer Macht und das Fähigkeiten verstärken. Okay. Äh, wirklich? Du spielst schon eine ganze Weile. Vielleicht würde dir eine Pause helfen. So lange spiele ich noch nicht. Ey, wie cool ist das denn? Aber es ist heller. Hier müsste ich glaube eigentlich durch. Warte mal, was ist mein Tagebuch? Warte mal. Aufgaben. Wurde mir aber auch nichts angezeigt. Ich check's grad nicht. Ähm. Nein. Ausrüstung. Wichtige Gegenstände. Nein. Ich weiß. Ich muss doch ein Gefühl irgendwie haben. Kamera. Speicher. So. Das Geräusch ist wieder da. Das Geräusch ist wieder da. Das Geräusch ist wieder da. In das Ziel werden automatisch in ihrem Tagebuch aktualisiert. Sobald sie einem bestimmten Fortschritt erreicht hat, schau in das Tagebuch. Wenn du mal die Übersicht verlierst und nicht mehr weißt, wo es gerade weitergeht. Tja. Ich bin im Tagebuch, aber ich habe hier natürlich nichts. Vielleicht mache ich mal von einem Sach genau. Das wäre eine Idee, von den Sachen, wo wir hier an den Wänden sind, Fotos machen. Dann komme ich auch eventuell weiter. Das mache ich jetzt mal. Da war noch irgendwas. Okay, was haben wir hier noch? Ist auch nichts mehr. Jetzt kommt er gleich wieder. Ich glaube, wenn das Geräusch schon mal kommt, dann ist das so. Das gibt es nicht. Bin ich gerade zu blöd? Ich glaube schon. Irgendwie Pileys gerade nicht. Hier kann ich nichts öffnen, weil ich hätte eine Möglichkeit, hier irgendwie reinzugehen. Glaub. Auf jeden Fall zieht das Geräusch ganz stark. So, da ist eine Tio. Jetzt mache ich halt mal ein paar Fotos. Glaub ich hier irgendwie rüber? Nein. Hier sind wir nur am Anfang. Hier ist nichts. Hier sind auch keine Gegenstände oder irgendwas. Womit ich hier weiterkommen könnte. Ist keine Tür. Ich komme hier nicht rüber. Hier ist garantiert auch nichts. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich kann hier auch irgendwie nicht hoch. Das ist auf jeden Fall komisch. Naja. Gut, ich gucke mal. Ich gucke mir noch ein bisschen das Spiel mal an. Also jetzt nicht das Spiel angucken, sondern... Wie das mit der Karte genau abläuft. Wegen meinen Zielen und alles. Und ja, die sagen, zieht man sich im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.